hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play arc in dieser folge werden wir mal wieder ein bisschen rohstoffe sammeln wir brauchen noch rohstoffe wenn wir keine rohstoffe bekommen können wir nicht das haus weiter bauen so wir brauchen erst mal erst mal brauchen wir rohstoffe da sein dodo dodo sein friedlich da sein paar paar sein friedlich mache ich den hier noch mal für holz und dann geht es ans faser und sammeln wo ist das haus da ist das haus okay dann kann ich ja hier beruhigt faser sammeln da kommen wir leider schlecht hin weil da fiesmöpse sind wir erinnern uns zwei oder drei raptoren und mindestens ein terror bird so rolle ich das er bei terror immer terror war 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 Ufff! ich habe mir hier die blätter aus ich habe mir die fasern aus ich fahre er kam mir die bären aus und die samen mit gleich daraus darf ich mal bitte damit aufhören danke ich habe hier die blätter aus und ich habe hier die blätter aus und ich habe hier die blätter Alter, diese scheiß Steine hier. Wie viele Steine würde ich denn noch aufsammeln? Mann, Mann. Ich seh nix. So, einen brauchen wir noch. Einen. Tschüss da oben. Ich will mal kurz gucken, ob das geht. Ne, schade. Geht nicht. Gut, dann wollen wir mal schräges Strohdach herstellen und ein Strohdach. So. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Oh. Aha, geht doch. Sechs. So, hier die Sieben rein. So. Hm? Mhm. Passt ja perfekt. Na komm, dreh dich. Dreh dich doch, du Vollhorst. Alter. So. Wunderbar. Es fehlen nur noch diese Dinger. Ja. Wow, wir kriegen das Haus fertig. So. 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 Alter, es ist dunkel. Nee, das wollte ich nicht machen. So. So. Ich hätte gerne das hier. Und. ein Raptor-Sattel. Und. Ein Raptor-Sattel. Ja. Haben wir auch. Haben wir auch. Ja, haben wir. Das kann ich später machen. Wir haben. Wir haben nur noch. Wir bekommen irgendwie richtig wenig diese Punkte. So. Okay. Stroh. Wir haben kein Stroh. Verdammt. Da fällt mir gerade was ein. Kann ich auch nicht. Stroh und Holz fehlt. Oh. 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 60 Holz mal holen. So. Und der Reststrom. Oh. 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 Was treten müssen wir auch noch. Oh. 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 doodli doodl dann hätte ich jetzt gerne 1 2 3 von den 1 2 3 4 von denen für schränke brauche ich noch holz schildkröte hier wird schon gerade eine schildkröte schildkröte hallo ich will mal was gucken noch eine kröte schildkröte ich dachte ich müsste noch einbauen ok eine sache die ich nicht verstehe warum ist der dicke weg also der dicke der typodokos level 16 nicht gerade spannend naja der war level 16 ja und der davon ja oh was ach da ist ein zweiter dritter sogar oh hilfe schildkröte 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 strom Mann, 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 Mann. Ich geh ja schon. Achso, das war ein Dodo. Ich dachte schon. So, die Hose bitte. Danke. Welches Level sind wir jetzt? Level 17, okay. Ach ja. Fasern. Och Mann, leck mich doch am Sack mit euren Scheißfasern. Die Dinger sind so nervig zu kriegen, ey. Fasern, 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 Fasern. Fasern, Fasern, FASER! Entschuldigung. Bei Fasern kriege ich Masern. Oh, die Schildkröte da hinten ist aggressiv. Ich glaube, das sind Piranhas. Äh, achso. Ich dachte, der Dodo wäre auch gerade auf der Flucht. Das wäre ein bisschen mies. So. Drei Speere. Den Speeren auf der Spur. Der Movie sitze ich heute sehr unangenehm auf dem Stuhl. Das ist fies. Was brauchen wir denn eigentlich noch? Wir haben die Lampen. Wir haben wenigstens zwei Dinger. Wir haben eine Feuerstelle. Hm. Da ist ein DILFO. Oh nein, ich bin zu voll. Warte. Fallen lassen. Bären fallen lassen! Sie sind immer singelt! Ach, das war so ein Schweinchen. Oh. Oh. Oh Gott, wie viele DILFOs sind denn hier? Habt ihr eine Macke? Ja, 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 ja. Noch mehr DILFOs, und zwar ganz viele. Alter, was ist denn hier los? DILFO Island. Oh nein. Ist der da hinten immer noch hinter mir her? Ne, gut. Mann, Mann, Mann. Das sieht irgendwie... Nicht schlecht aus, aber auch irgendwie... Komisch. Naja. Eigentlich hätte ich die Rampe in der Mitte machen sollen. Naja. So. Ich packen wir mal da hin. Ich packen wir mal da hin. Ach, Mann. Ein Strohdach. Ich kann keine Rampe bauen. Och, Mann, Leute. So, mehr brauche ich nicht. Können wir mal das mal abreißen. Die Holzrampe mal abreißen. Boah. Hä? Hä? Arke ist abgestürzt. WTF? WTF? Ähm. Okay. Einfach weg. Ohne eine Felder-Meldung oder sonst was. Einfach weg. Was? Oh, Mann. Naja. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.